Die Behandlungsleuchte Maya LED ist optional erhältlich. Sie wird mit den programmierten Automatikpositionen an- und ausgeschaltet. Ein zusätzlicher Ein-Aus-Schalter befindet sich an der Rückseite der Leuchte. Wird der Schalter lange in eine Richtung gedrückt, wird das Licht stufenlos gedimmt. Die Handgriffe sind einfach abnehmbar und können im Autoclav sterilisiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017